Hallo Leute! Heute sind die wahrscheinlich, also ich denke mal hundertprozentig irgendwie die letzte Aufnahme von Uni. Ich muss gerade mal überhaupt gucken, ob ich mein Audioaufnahmeprogramm angemacht habe. Äh, ja. Ja, das, 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 das. So. Oh, tut mir leid, ich habe mich eben so dermaßen verschluckt. Gut, ich wollte hier ein bisschen was trinken und so und auf einmal, also ich habe mir fast die komplette Lunge rausgehustet. Alter, das war richtig heftig. So, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. So, und da ich keine Lust habe, äh, also da ich jetzt eigentlich das Spiel heute beenden wollte, Äh, ja, werde ich wieder meinen schicken, meinen schicken, meinen schicken, äh... Okay, ich habe doch keine Hallos, weil ich höre immer noch die komische Waffe da. Na, 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 na. So. Fortfahren. Jetzt kann die mich schon mal kreuzweise. Und du da, ey. Ähm, ja. So, mal gucken, was hier unten noch so rumfleuscht. Äh, was wollte ich denn noch sagen? Na, 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 na. Okay, da kann man nicht lang, aber es ist so dunkel. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Pff, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht fällt mir noch einer, aber ich glaube eher nicht. So. Können wir uns ducken? Ja. Okay, da können wir nicht runter. Konnte sein. Da kamen wir ja her. So, da ist zu. Wah, da geht's runter. Wah, da geht's auch runter. Gut, dann gehen wir hoch. Äh, nochmal nach oben. Hallo. Oh mein Gott. Ja. Äh, äh. Okay. Kanonen-Kugel. Ich mag den Kerl nicht. Weil der hört irgendwie sau viel aus. Gut, jetzt ist er tot. Da hinten. Was ist das da? Achso, jeden. Ja, ich dachte, der wäre irgendwie ein Fehler oder sowas. Aber hier neben. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ne, 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 ne. Gerade mal gucken, ob hier auch irgendwas besorgt. Oh, der geht ja noch weiter nach oben, ey. Hm, da ist nix. Dann gehen wir mal hier rein, weil hier schön offen ist. Okay. Okay. Ich wollte nur mal die Waffe ausprobieren. Und jetzt? Gut. Was ist das? Ach, ne Konsole. Was? Projektsturm... Sturm? Ich glaub, Änderung. Ich glaub, das ist ein Ä. Erste Stufe. Erstens, weltweite Infiltrierung der atmosphärischen Konversionszentren. Zweitens, Modifikation der AKZ-Kernfiltersysteme mit geschmuggelten Teilen. Drittens, Satellitenverbindungen, Kontrolle installiert, 417 regionale Prozessoren online. Erste Stufe abgeschlossen. Das Syndikat ist sehr fleißig. Sie haben die Kontrolle über die Prozessoren auf der ganzen Welt. Aber warum? Ich bin viel zu neugierig. Okay, hier ist nix. Nee, 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 nee. Auch nix. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie wieder hoch. Äh, runter will ich nicht. Hallo. Ich gebe auf. Was hat er mir gegeben? Okay, jetzt sind die Türen freigegeben. Die nicht, aber... Da unten sind welche, die sind freigegeben. Dann gehen wir mal runter, komm. Und hier ist es very dark. Okay, der ist tot. Gut, dann gehen wir... Was war das denn? Ich weiß jetzt nicht. Gehen wir mal wieder hoch. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man... Oh, wenn wir Spider-Man wären, wir wären so schnell, ey. Boah. Äh, stopp. Nee, auf der... Hier waren wir noch nicht. Wunderschön. Also ich meine mal, dass wir hin... Ich weiß nicht, hier sieht alles gleich aus. Hm. Auf jeden Fall hatten wir dann Gegner. Äh, okay, hier waren wir schon. Gut, dann gehen wir ein Stockwerk höher. Ach, da ist die Tür. Ich hab mich schon gefragt, ey, wo ist die Tür hin? So. Jetzt auf einmal renzen, ne? Mach auf hier. Mein Gott. So, gehen wir ein Stockwerk hier höher. Weil hier waren wir noch nicht komplett fertig. Okay, hier ist niemand. Gehen wir mal hier rein. Gut, dann gehen wir erstmal da hinten hin. Hm, hm, hm. Oh, so viele Türen hier und so groß alles, ey. Hallo. Sind Sie fertig mit dem Kalibrieren der... Sprichst du mit mir? Kenne... Kenne ich sie? Ich weiß nicht. Komme ich dir bekannt vor? Erinnere ich dich an jemanden? Oh Gott, sie! Hier, nehmen Sie! Lassen Sie mich nur am Leben! Okay, der hat mir anscheinend zwei gegeben. Äh, 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 zu einer Projektsturmänderung. Zweite Stufe. Fünftens, Satellitenkontrollsignal im niedrigen Orbit eingerichtet. Sechstens, Bau des Bergkomplexes, Sturmänderung oder Sturmänderung oder sowas. Siebtens, Duadan, Kerntechnologie, REF, Titan, SSOB, zweite Stufe abgeschlossen. Äh, Basislinienbericht, Dioxin-Level, äh, Projektbeginn, 97 ppm, erste Stufe 100 ppm, zweite Stufe 152 ppm. Ähm, 36,18% Erhöhung. Muro ist verrückt. Ich glaube, er will die Atmosphärenprozessoren umkehren und die Atmosphäre vergiften. Er will uns alle umbringen. Mhm. Gut, jetzt laufen wir nochmal hier hinten hin. Vielleicht ist der jetzt offen. Also an oder wie man es auch immer nennen will. Hopp, 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 hopp. Gut, dann ist der der gleiche wie überall. So, jetzt gehen wir noch ein Stockwerk schon höher. Gut. Gut. Ey, hier ist nichts los. Habe ich ja gar was gehört? Höh! Wer sind Sie? Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Wer soll mich denn rauswerfen? Du? Was wollen Sie? Ich nehme, was du hast. Jetzt! Oh, bitte, verletzen Sie mich nicht! Mein Gott. Projektsturmänderung. Dritte Stufe. Neuntens. Duadan-Kerntechnologie bezüglich Titan-UWLB. Zehntens. Bau des Bergkomplexes. Sturmänderung. Elftens. Auswahl der Symbioten-Kandidaten und Implantation. Dritte Stufe abgeschlossen. 417 regionale Atmosphären-Prozessoren online. 15 Gruppenkontrollstationen online. Diese Werte zeigen einen kontrollierten Anstieg der Toxin-Level an. Ich verstehe. Er will die Luft so weit vergiften, dass jeder stirbt, der ihm nicht seine Seele für eine Chrysalis verkauft. Das ist jetzt nur ganz unten, die ich frei. Gut, dann gehen wir nach ganz unten. Helft. Hallo. Alles wiederhalten? Ähm, sie haben eine mögliche Schwachstelle von Muros Plan entdeckt. Wenn der Sturm-Sturm-Manderung-Puls aktiviert werden kann, bevor alle orbitalen Transmitter ausgerichtet sind, bleiben einige der atmosphärischen Konversationszentren erhalten. Hinweis, die Transmitter-Phalanx-Transmitter-Phalanx, keine Ahnung, kann nur von der lokalen Kontrollstation programmiert werden. Finden Sie sie! Äh, äh, äh! So, gut, dann gehen wir mal da rein, würde ich sagen. Hallo. Hallo, ich will die Waffe nicht haben, Mann. Ich verstehe nichts mehr. Oder? So wie das aussieht, ist hier nix mehr gut. Dann gehen wir mal nach oben. Und da sehe ich schon jemanden. Hallo. Hier laufen nur noch die behinderten Fettsäcke rum. Nix. Töte dich. Ja, hast du das gesehen? Alter, das ging ab. Junge. So. Also ist jemand mit einem Energieschild. Ist hier. Ist nix. Dann gehen wir mal hier lang. Okay. Hallöchen. Ey, meine Faust ist viel stärker als dein Bein, ja? Puh, dies war wieder knapp, ey. Was ist das? Ah. Ein Energieschild. Gut, hier ist nix mehr. Dann gehen wir nach oben. what? Huah. Sehr schön. Direkt entsorgt. Da steht nur jemand. Und? Zeig mir, was du kannst! Nein, 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 nein! Sehr schön. Hier ist nix mehr gut. Dann gehen wir wieder weiter nach oben. Da müssen wir nicht immer nach oben gehen, aber mir viel cooler. Oh, was ist das? Hallo! Hallo! So. Da ist wieder eine Konsole. Wir gehen aber erstmal hier weiter, 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 weiter. Da möchte ich erst mal dat. Cool, was war das für ein Sprung? Aber cool. Ey, ich mach dich hier fertig, ja? So. Nix. Nix. Gut, dann aktivieren wir diesen... Ah, hier sind... Ja? Dieses Ding. Äh, Zugriff der Atemsturmwanderung oder so. Ich kann's immer noch nicht aussprechen. Ähm... Letzte Stufe. 13... 13 Tents. Modifikation. AKZ abgeschlossen. 14. Mh... Bergkomplex. Sturmwanderung abgeschlossen. 15. Sturmwanderung. Transmitterausrichtung abgeschlossen. Letzte Stufe abgeschlossen. Warten. Eingabe... ungültige Sturmwanderung... Eingabe... Eingabe F1 bekommen wir in der Hilfe von Sturmwanderung. Eingabe F1 bekommen wir in der Hilfe von Sturmwanderung. Bitte wählen Sie die unten folgenden Optionen. Erstens initialisieren. Erstens initialisieren. Zweitens Test mit momentanen Einstellungen. Drittens Einstellungen bearbeiten. Viertens laufen. Vorgang abbrechen. Eingabe 3. Einstellungen. Frequenz. 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 1002. Amplitude 233. Modus 1. Eingabe Frequenz 9999. Amplitude 9999. Modus 9999. Warnung. Grenzwerte werden überschritten. Eingabe initialisieren. Warnung Fehler. Warnung Überlastung festgestellt. Berechnen Sie den Vorgaben ab oder drücken Sie auf 1 für die Hilfe. Eingabe. Brumm. Äh ne. Brumm. Bumm. Alles Gute meine liebe ungültige Sturmwanderung. Eingabe. Eingabe. Neues Ziel. Sie müssen Morus Plane zwar gestört... Sie haben Morus Plane zwar gestört. Sie müssen jedoch immer noch mit ihm auseinandersetzen. Sich mit ihm auseinandersetzen. Mein Gott. Nun werden ihre Doadan verstärkten Kampffähigkeiten wirklich auf die Probe gestellt. Okay. Anscheinend müssen wir hier oben drauf. Schreibt da ein bisschen Schiss vor. Ah. Funktioniert doch.